Das ist ja schon komisch. Als ich euch vorhin gesehen habe, hätte ich schwören können, ihr habt euch wieder versöhnt. Ja, da liegst du auch gar nicht so falsch. Miriam, sie weiß einfach, welche Schalter sie bei mir umlegen muss. Naja, so ganz offenbar nicht. Oder warum bist du hier? Ja, es war ein wunderbarer Abend. So wie in der allerersten Zeit. Aber dann hat sie mit zwei Sätzen wieder alles kaputt gemacht. Also minimaler Einsatz, maximaler Schaden, ja. Ja, das kann wirklich nur sie. Diese gefühlskalte Art. Ich kann einfach nicht mehr mit ihr zusammenleben. Dann ist es die richtige Entscheidung. Ich hätte schon viel früher ausziehen sollen. Diese Hängepartie war furchtbar. Sie weiß es noch gar nicht, sie hat geschlafen. Ja, nicht sehr mutig, ich weiß. Und jetzt brauchst du ein Nachtlager. Ja, ich dachte... Ja, natürlich. Ich meine, ich habe jetzt auch wieder ein Bett frei und immerhin hat sie auch Tradition. Ja, du, ich bin jetzt auch viel besser geworden im Haushalt. Ach, dann hatte Miriam ja doch ihr Gutes.